Hallo, ähm, ich hab mal ne Frage, wer kennen Sie bei euch aus mit Autoreifen? Eigentlich jeder, also Exelle, ich. Du auch? Ja, erzähl was, was brauchst du? Na, brauchen nix. Ich wollt mal fragen, wie viel Gummi auf dem Autoreifen noch drauf ist, wenn nix mehr drauf ist. Nix mehr? Naja, da ist ja noch Gummi. Da ist ja noch Gummi. Ja, da musst du dir neun Reifen kaufen. Da hat doch der Opa das Geld nicht für. Ja, da kann man nix machen, wenn kein Gummi mehr auf dem Reifen ist. Na, ist da noch drauf. Pass auf, der Opa war gestern, ist er von der Polizei angehalten worden. Ja. So, und die haben gesagt, die dürfen nicht mehr fahren, weil da zu wenig drauf ist. Okay. So, und da haben wir heut gedacht, weil der Opa ja kein Geld hat für neue Reifen, ob wir dem das vielleicht noch mal rausschnitzen. Was? Aufschnitzen? Nein, rausschnitzen, weil ein bisschen Profil ist ja noch da und da ist ja bestimmt auch noch Gummi. Ach so. Ja, ich schätze mal drei, vier Millimeter. Noch drei, vier Millimeter? Ich weiß es nicht, also... Daniel, kannst du euch schneiden? Sind drei, vier Millimeter, sagt er. 1,6 brauchen wir. Was? 1,6 hat der Polizist gesagt. Ja, okay, ich schneide runter. Meine Frage, schnitzt ihr auch Autoreifen? Nee. Dann könntet ihr uns helfen, weißt du? Nee, das machen wir nicht. Aber ist doch ne gute Idee, das nachzuschnitzen. Ja, freilich. Habt ihr das noch nie gemacht? Nee. Ihr müsst mal überlegen, was das für ne Verschwendung ist, wenn da noch vier Millimeter sind. Ja. Ihr müsst dann mal Michelin anrufen. Hab ich schon gemacht, die haben gesagt, das Michelinmännchen gibt's gar nicht mehr. Okay. Du meinst irgendwie Neureifen wäre besser, oder? Neureifen, ja. Gib's zu. Ihr macht auch Reifenschnitzereien. Dann muss ich mal sparen hier, dass ich rumkomm. Okay. Du weißt ja, wo man spart, nicht? Ja, freilich. Beim Radiohören sicherlich nicht. Nee. Eine andere Möglichkeit wäre noch, hier im Radio eine Sammlung zu machen. Ja. 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 Na, ja ja. 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 Vielen Dank.